Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mittelerde, Morderschatten. Weiter geht's. Wieso bin ich Feind eigentlich immer hier an? Also hier will ich hin, weil hier noch ein paar Sachen sind. Heißt, ich reise da mal schnell hin. Und schon bin ich da. Bisschen durchschleichen. So. Hier ist gleich die Festung. Und da will ich hin. 500 Fuß? Da lang. Keine Aufmerksamkeit erregen, denn ja. Hier will ich keine große... Das war jetzt schnell erledigt. Du bist im Weg. Na, was muss ich jetzt machen? Was ist meine Aufgabe? So, weg mit euch. Wir gehen, wir gehen, mehr aufhören. Ja. Und da kann ich mich jetzt hier nicht. Ja. 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 Böder Schildträger Achso, ich muss ins Wasser werfen Nimm das So, Nebenaufgabe erledigt Und weg mit dem hier Weg mit ihm hier Hey, hier ist ja noch irgendwo ein Das ist wahrscheinlich unter mir Das Artefakt Bei jedem ist ein Schildträger bei Und weg mit ihm hier Und weg mit dem Also, drei Truppen sind weg Fehlt nur noch eine Ne, fehlen nur noch zwei Hier sind die vier, sind fünf Au Und weg ist er Ah, ha, ha Ha, ha Also, wie viel ist denn Dafür nur übrig Ab ins Wasser Verlasse das Fischerdorf Okay Aber ich verlasse es erst, wenn ich diese Sachen geholt habe Das müsste ja irgendwo da sein Hoch hier Hoch hier Rüber dort Hallöchen Artefakt Bitte Meine Frau Meine Frau Die Jog haben schon gesagt, dass du ständig von mir brabbelst Sag uns, was wir wissen wollen Wo sind die Banditen? Wo sind deine Freunde? Ich muss sie sehen Ich muss Ja, deine Frau Ja, deine Frau Also nochmal Sie sind in den Wäldern Den versteckten Wäldern Bringt ihn ja weg Aber du hast gesagt Ja Unser Versprechen Du wirst deine Frau wiedersehen Deine schon lange tote Frau Sei dir gewiss, dass du deine Freunde verraten und zum Tode verurteilt hast Für eine schwindende Erinnerung Einen nutzlosen Wunsch Und sei dir auch sicher, dass wenn du wieder mit deinem Weib vereint bist Wir deinen Schädel als Symbol für die Unabwendbarkeit unseres Wildens tragen werden Und jetzt frag mit dir Deine Frau wartet schon Okay, die haben den reingelegt Mordor war der Schauplatz weit tragischerer Schicksale als des unseren Schicksale wäre Die jegliche Hoffnung auf Erlösung aufgegeben haben Wir teilen dieses Schicksal nicht So, wo ist das Teil? Ah, ich seh's Das ist hier oben Und schon hab ich das Artefakt Du wurdest zurückbeordert? Genau Nach Osgiliath Sie verbrennen dort die Leichen So schlecht steht es also? Viel schlechter Wir haben Dothang aufgegeben Entweder an die Orks oder die Ausgestoßenen Ich kann mir nicht mal vorstellen, was schlimmer ist Und hier haben wir bei weitem nicht genug Männer Truppen von der Größe zweier Regimenter wurden nach Hause beordert Dutzende weitere sind krank geworden Wahrscheinlich sogar noch mehr Wir werden unsere Schwäche nicht mehr lange verstecken können Egal wie oft wir die Patrouillen wechseln Die Orks haben uns bestimmt schon gerochen Die werden im Mordor schon ganz ungeduldig Hier, sieh dir das an Oh, was für eine Klingel Wo hast du die her? Von einer Ork-Patrouille Ich dachte, der wird sie eh nicht mehr brauchen Behalte sie Okay So, und jetzt raus hier Das Messer im Rücken Sie erledigen die Arbeit für uns Was sie verbindet Ist ihr Hass auf die Menschen Und ihre Unterwürfigkeit gegenüber ihren Herren Okay So, weg hier Raus aus dem Fischerdorf Hoch hier Und abgeschlossen So, Verbesserungen mal nachgucken 1280 Eine weitere Rune Besser weiter Runen platzen Eine weitere Rune Das ist ausgerüstet. Das ist gut. Jetzt bin ich immun gegen Gift. So, jetzt geht es. Zungen Sie diesen Schmiedeturm da. Ja, beachtet mich nicht. He, dreht er sich einfach um. Weg mit dem hier. Knife. Knife. So, der ist auf dem Weg geräumt. Da ist ein Grauk. Ich seh dich doch. Ich hau ab. Hehehe. Darauf lasse ich mich nicht einen Kampf gegen einen Grauk. Hier lang. Der Turm müsste hier gleich sein. Da oben ist er. So, und jetzt hier hochklettern. Das müsste, glaube ich, der letzte sein, den es gibt. Okay. Okay. Hm, das ist ein paar... ...Höhlen. So, da gehe ich mal... ...wohin zuerst hin? Ich würde sagen, hole mir dieses Artefakt da in dieser Höhle. Das hole ich mir zuerst. Hehehe. Da will ich hin. Das ist die Frage. Wo ist die Höhle? Hier um die Ecke? Hier geradeaus? Ich glaube, das ist sie auch. Höhle nicht auf zu kämpfen, Waldläufer. Tue ich auch nicht. So. Weiteres Artefakt. Die verfluchten Fliegen verfolgen mich. Ich kann kaum einen Schritt ohne ihr ständiges Summen tun. Ich wollte Towerbund singen, die Sklavenstadt. Die Orks besitzen ein Gefängnis dort und haben genug Menschen in ihrer Gewalt, um die Minen und Mühlen der ganzen Stadt zu betreiben. Doch da war sie. Eine einzige stinkende Fliege. Ich konnte ihr Summen hören. Fluss sehen konnte ich sie nicht. Das Biest ist mir gefolgt. Ich schwöre es. Da saß ich. Auf einem Schiff mitten im Nurnenmeer mit nur dieser Fliege als Gesellschaft. Als wüsste sie etwas. Als beobachtete sie mich. Die ganze Zeit über. Pssss. Pssss. Diese Summen und Brummen findet kein Ende mehr. Ganz gleich, ob ich schlafe, esse oder ob ich mein Geschäft verrichte. Ich höre sie. Sie sind in meinem Kopf. Sie sollen aufhören. Mann, der ist wahnsinnig geworden. Irgendwelche Verbesserungen zur Auswahl. 2.100? Ja, das dauert noch ein bisschen. Ich glaube, das ist das Erste, was ich mir holen werde. Der aufziehende Krieg wird Mittelerde verschlingen. Viele Mächte setzen ihre Steine auf das Feld. So, das nächste ist wo? Wo? Die erst mal fortgetrieben. Ich brauche noch 91. Machtpunkte. Hm. Heißt, der Waldläufer sei verflucht. Wenn es wirklich Geistermagie ist, sollten wir uns besser warten. Wo redet er? Ich sehe ihn nicht. Da ist eine Patrouille? Hier? Der sieht mich nicht. Hm, da unten ist ein Artefakt. Da drin ist das? Okay. Okay. Und wir haben es für uns erobert, bringt diese Nachricht von Sauron zur Spinnkönigin Kankra, der letzten Tochter von Ungoliant. Deine Kinder dürfen nicht in Mordor schlüpfen. Deine Kinder werden sich nicht länger an dem Morgai-Fliegen laben. Du wirst dich aus diesem Reich zurückziehen und deine Nester in einem Ungoliant aufgeben. Du hast dich an unserer Großzügigkeit fett gefressen. Wir haben dich wie ein Haustier gemästet und dir erlaubt, ungestört einer Wege zu gehen. Das ist jetzt vorbei. Unser Bündnis von einst ist beendet. Unser Wille ist unabwendbar. Das ist unser letztes Wort. So, jetzt das kleine Problem hier erledigen. So, weg mit dem hier. So, weg mit dem Schildtypen. Au. So, weg mit dem Schildtypen. Wie viele Schildtypen sind hier noch? Einer. So, weg mit dem letzten von denen. So, Kampf beendet. Wer, wer ist da mein Ziel? Nacka, das Stichende. Wer davon ist das? Ah. Der ist ein. Ha. Hm. Der ist ein Bodyguard. Das kommt mit gelegen. Irgendwann berichtete, dass sich der Waldläufer in der Gegend aufhalten könnte. Haltet also ausschau und seid bereit, Alarm zu schlagen. So, du bist im Weg. Oh, nichts geht über eine Hinrichtung. Was? Was hat er für Schwächen? Oh, sind unbekannt. Was ist das? Ich will dich nicht. Hallo. Ich werde dich jedes Mal töten. Ganz sicher nicht. Renn! Habe ich dich schon mal entkommen lassen? Du bist nicht gegen uns! Immun gegen Fernkampf? Entkommen tut er mir aber nicht. Es ist vollbracht. Huch! Ist hier nicht ein... Also nochmal höher. Huch! Das konnte ich von hier aus aufsammeln. Also ein weiteres Isildin ist da. Werde ich mir aber später holen, weil ich erstmal hier hier lang gehe. Hol mir dann das und mache dann diese Sachen hier. Ich brauche jetzt nur noch 39 Macht, um die letzten Sachen freitagschalten. Okay, was macht das? Okay. Aber ich mache jetzt hier erstmal einen Cut und... Bis zum nächsten Part.